Als 1977 und 1450 verfasst wurde, dort steht, dann erhob sich der Unterräuber Robin Hood mit Ritter John und seinen Komplisten. Er hat das Gäste in Jahrhundertsgattes nachgegangen, die den Spitzen an Robin Hood. Frau Köln, warum gab man verschiedenen Gesetzlosen den Spitzen an Robin Hood und das 100 Jahre bevor er zum ersten Mal den niedergeschriebenen Balladen erwähnt wurde? Das könnte bedeuten, dass wir nur anfangs nur ein halbgemeiner Spitzen an für gesetzlose Wahl und sich nicht dafür bestimmt, dass wir nicht überzogen. Robin Hood war also damals bereits an die Leute der Spitzen an der eindeutig gesetzlose bezeichnet.